Jesot. Jesot mit J geschrieben ist eine andere Schreibweise für Jesot mit Y geschrieben. Jesot gehört zu den Sephirot. Es ist die neunte Sephira, ist übersetzt als das Fundament. Jesot entspricht dem Erzengel Gabriel, dem Himmelskörper Mond und der Zahl 9. Im Yoga könnte man Jesot das Svadhishthana Chakra zuordnen.